Willkommen zu einer weiteren Folge von Leisure Suit Larry Reloaded. Wir waren hier auch das letzte Mal stehen geblieben und haben die hübsche Face kennengelernt, die neben ihren zwei riesigen Planeten auch eine zarte Seite hat und sich einen Mann an ihrer Seite wünscht und das endlich dieses Verlangen endlich wieder aufkeimt in ihr. Ja, und wir wollen jetzt versuchen, dieses Verlangen aufzubauen und damit sie das wieder an uns ablässt. Hoffentlich, dann wäre das Spiel ja auch irgendwie vorbei, weil in dem Spiel geht es ja hier darum, eine Frau flachzulegen. Faith, was ein schönes Name! Danke, ich habe immer versucht, es zu leben. Hm, ist das ein guter Zeichen oder ist es nicht? Das ist ein super Zeichen. Super geil. Du bist super geil. Sag, Faith, ich bin nur in der Stadt für diese eine Nacht. Wie geht's, wenn wir zusammenkommen, wenn du aus dem Job gehst? Du bist sehr süß, Larry, aber ich glaube, ich könnte niemals zu meinem Freund sein. Larry, es scheint, dass dieser eine außerhalb Unterstützung brauchen wird. Sie hat einen Freund. Aber sie mag mich. Also kann ich jetzt direkt sein. So, Faith, Baby. Wann geht's? Normalerweise, wenn ich mit jemandem romantisch bin. Äh, ja. Einen Versuch mache ich noch und dann... ...versuche ich es weiter. Na gut, dann lasse ich mir halt was anderes einfallen. Ich werde wieder zurück, Baby. Geh nicht wo ohne mich. Ich bin auf der Nacht alldessen. Bis zum nächsten Mal. Danke, Kleine. Ich bin sehr entschuldig, aber deine Wunderschöne. Ich denke, ich werde mich anasfixieren. Entschuldigung. So, was habe ich hier? Ich habe zwei Knöpfe neben... ...die da. Schade, kann ich... Darf ich die mal? Ja, ja. Da will ich gar nicht. Ich will... Bitte. Äh, ja. Eier. Wir brauchen Eier. Und die Frau ganz besonders. Und am besten unsere. Habe ich das gerade echt gesagt? Oh, wow. Ich hoffe, ich kriege da keinen YouTube-Strike für. Geh, es ist gut, dass wir wieder zurück auf soliden Gründen sind. Ja. Da ist schon ganz grün. Ich weiß noch, was im Kabinett hatten wir alles fertig gemacht, ne? Ich weiß. Oh, danke Gott, ein menschlicher Mensch. Komm, wir uns mit uns. Wie geht's heute? Okay. All right. Ich bin... He says, I got three in a row, what do I win? And the bartender looks around for something to give him. And under the bar, in a shoebox, he's got a turtle that he found that he was going to give his son that night. And he thinks, ah, what the hell? And he gives the turtle in the box to the drunk, who staggers out happy. A few months later, the drunk staggers in again, picks up three darts, and makes three bullseyes again. He says, I got three in a row again, what do I win this time? The bartender only vaguely remembers the whole thing and says, I don't know, what did I give you last time? And the drunk says, last time you gave me a roast beef on a hard roll. Ew, don't laugh at that. There was a time, he's so much, he lost his job at the butcher shop, bringing Gordon in the deli slicer. They said, what did you do that for? He said, hey, she came out... No touching the drummer, ladies, he's spoken for. His mother gets very possessive. He 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 he. Sehr gut. Just kidding you, Chaz. Chaz Rockamundo, everyone. As I was saying, he said, hey, hey, I know you like the threads. I know the body is primo. But please, sir, no oral sets till after the show. Thank you. Where was I? He said, hey, she. Hey, 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 he's on the clock. No breaking into discussion groups. Right, Chaz? That's all he ever says to me. Which reminds me, can you imagine how it's going to be someday when everybody has their own phone they can carry around with them and talk on 24-7? Is that going to be hell on wheels or what? Listening to everyone's private conversations? Phones ringing all over the place all the time? If that ever happens, just kill me, all right? Now I lost my train of thought. He said, hey, she came on. Hey, sir. Do I come to your job and interrupt you while you're... Now I lost my train of thought. He said, hey, she came on. Kann ich den bewerfen mit Pralinen? He seems the least bit interested in this candy. I'll be back. Thank you, Chaz Rockamundo on the drums. I got that, sir. Hang on. Put it towards your education. Where was I? That's got to do it for me for now. Also, nee. Oh, thank you, Chaz Rockamundo on the drums. Will all guests with venereal disease please go to the room? Goodbye, sir. Was are you talking to me? Anyway. Ist ja geil. So, jetzt haben wir hier, äh... Diese Show auch hinter uns, zum Glück. Aber wir haben doch noch diesen Schein. Äh, wir haben diesen... Den da. Ja, das kennen wir schon. Ich geh mal da lang. Ach du Scheiße. Schlag den. Keep your hands to yourself, Larry. This isn't supposed to be an interactive display. Oh mein Gott. What you doing? Just hanging out. Haha. Haha. Now you know what they mean when they say, two heads are better than one. Ja, kratzt seinen Arsch noch da. Kann ich jetzt... Ich will das gar nicht wissen. Ich will das gar nicht machen. Ich will das nicht machen, nein. Riecht nach Fisch. It's a small chapel with a tasteful little sign. Over one billion served. Wedding ready. Immer auf die im Arsch zu kratzen. It's a small chapel. This way to a night of canubial bliss and a morning of regret and paperwork. Der kratzt die aber am Popo. Somehow a beautiful jasmine plant is managing to survive the dry climate. Jo, äh, können wir da reingehen? Yeah, baby. Yeah, baby. The chapel is cool and placid inside. The lilting classical music and softly flickering candles give the room an air of serene, peaceful redundancy. In fact, it absolutely stinks of tranquility in here. Ah, is that schön. Diese schöne Musik. Diese LSD-Farben, die dich verrückt machen, wenn du reingehst. Dieses Gekratzer am Popo. Und diese Mega-Penislampe. Was zum Teufel hängt... Wer zum Teufel hängt eine Penislampe in eine Kirche? Bzw. Kapelle. Und hier ist ein Spielautomat in der Kapelle. Was ist hier bloß los? You're not making any speeches today. Your voice echoes hollowly in the deserted hall. Man, now I know how Andrew Dice Clay feels. Okay. Your voice echoes... Man. It's a durable quality lectern from stern lecterns. Remember, when you want to deliver a lecture at a lectern, make it a stern lecture. Ja, das weiß doch jeder. A holy glow emanates from the beautiful stained acrylic windows. Ich frag mich, wie das Licht hier so reinkommen will. Das ist doch alles verbaut. Those new PFLs, Penile Fluorescent Lights, get very bright and generate a lot of heat. But they burn out quickly. Ja, hier können wir scheinbar dann noch nichts machen. Dann gehe ich mal wieder raus. Äh, wir können ja mal in, 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 ähm, in das Ding fahren. Hey, Bud, wo sind wir gehen? Ja, Bud, in das 69. immer kleiner Überhang, immer. Und das wird 22 Euro, Mac. Mann, bist du teuer. Danke, Kind. Höh. Umz, 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 umz. Pess, katz, 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 katz, katz. Wie viel Geld habe ich noch in meiner Brieftasche? 37 Bar. So, ich gucke mir das jetzt mal an. Hey, lass meine Mutter da raus. Ja, das denke ich mir auch immer. Ja, das denke ich mir auch immer. Mit dem, oder kann ich da direkt einlaufen? Wahrscheinlich nicht. Ich muss jetzt mal mit dem hier reden, mit dem Mr. Hormon. Aber ich habe doch einen Pass. Der Bouncer nimmt den Pass und skrutiniert ihn so nah, wie sein überhanginger Brow ihn erlaubt hat. Hm. Du bist Rabbi Kornswig? Ähm, natürlich. Okay. Willkommen zu Club 69. Danke. Shalom. Ja, Baby. Danke. Das war jetzt einfach. Right this way. Ich bin gespannt. Die Musik in hier ist laut genug, um die Herpes zu töten. Die Leute in der Backseite ist eine impenetrable Masse von der Menschheit. Aber die Weibung am Anfang ist sehr komisch und besitzt. Hier müssen wir doch eine abkriegen, oder was? Die guckt doch schon so bedürftig. Die zwei sind vergeben, aber die sind doch hier bekifft und hier so viel Champagnerflaschen. Die müssen doch alle so zu sein, dass die sich nicht mehr bewegen können, wenn wir darum... Ja. Wir sollten einen guten Eindruck machen. Und die hier sieht sehr langweilig aus. Ja. Und äh, äh, das könnte ich mir auch jetzt im Zimmer vorstellen, aber was zum Teufel ist der... Was macht der da? Ist es nur du, oder ist es nur ein Typ, der in diesem Käse versucht, zu entfernen? Wer ist denn die Tante da? Die sieht echt heiß aus. Yes, Larry, she's stunning, but stop gaping at her and close your mouth. What were you born in a barnesium? Entschuldigung. Dann nehme ich halt die da. Die wäre meine zweite Wahl. This sweet young thing certainly seems to be enjoying herself. Dann wäre... Ja, dies da kommt ja nicht raus. Dann muss die ja meine nächste Wahl sein. Hallo, kannst du dich nicht mal einkriegen? Hallo, ich habe gerade Listerine genommen. This guy is the definition of living la vida loca. He's got the sexiest babes, the greatest booze, the hottest fashions, everything. Hey dude, your narrator's got taste. Danke, aber ich hätte ganz gerne deine Babes hier. Holy moly, there's enough champagne here to drown your roommate accidentally and pin it on this other guy who's leaving town anyway. Was ist diese Tanzfläche? Resist the disco floor hypnotic call. Come, dance on me. Make a fool of yourself for our entertainment pleasure. Oh mein Gott. So, dann würde ich sagen, dann reden wir doch mit der... Das meine ich, ich gucke mir erst mal die Tante da an. Habba, habba ist also wirklich so ein Ausbruch von... Dann reden wir doch mal mit der da, oder? Schade eigentlich, was ist mit dem Typen? Was machst du denn? Mein Name ist Jack Oskay. Wenn ich nicht rausgekommen werde, sag mir meine Familie, ich liebe sie. Oh. Ja, Baby. Oh. Hallo. Wen haben wir denn da? Die sieht doch schon einiges eleganter aus als die vorher. Und, äh, die Kleidung ist auch sehr straff. Was diese wunderbare, attraktive Schönheit uns zu sagen hat, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.